Was geht? Willkommen zu einem Video. Wir spielen heute Black Ops 2. Mit dabei ist der lieber LJ und der Lenno. Ja, Lenno. LJ ist lieb. Ja, das war Sarkasmus. Ja. Und wir spielen ein bisschen. Frei für alle. Also 3 for all. Sniper. Ach Gott. Schön LJ. Äh, du hast nicht wirklich das... Was hab ich nicht wirklich? Das Shield auf dem Rücken. Doch, Mann. Ekelhaft. Halt echt so. Meine Maus springt halt immer noch. Geht ihr? Ist schön nirgendwo. Hey, wo seid ihr? Main Hall. Okay. Oh. Ja, c'mon. C'mon, bitches. Ach, so'n Luck, ne? Ja, hab ich'n Luck. Hätte ich'n Tomahawk nur ein bisschen weiter nach links gehauen. Hätte, hätte Fahrradkette, ja? Dein Tomahawk ist nicht mehr losgeflogen bei mir. Der war nice. Ja, der kam. Aber daneben, der Tomahawk, als ich abgedrückt hab, hattest du noch die Hand an der Schulter. Also, mein Tomahawk gleich umlegen. Aber bin ich schlecht. Tomahawk, oder was, LJ? Läuft bei dir. Lass ja, Tomahawk. Das ist doch richtig, 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 richtig. Bist du ein richtiger Schieter, Ratschieter, ey. Schwöre. Les. Äh. Les. Les. Les, ein Kamper. Wurde er in der Main-Hall abchillt Aha Da bewegt sich kein Stück Doch, tut er Aber wenn er beschossen wird Ne, ne, der hat sich Von A nach B Nee, Karim hat so einen nicht unruhig Ich hab grad Ultra geklemmt, als ich ihn getötet hab Beinah, jedes Mal wenn ich da bin Stehst du halt irgendwo anders Come on Wo bist du denn? Du bist da oben, ich weiß aber nicht wo Wem redest du jetzt? LJ LJ, du bist grad tot gewesen Da spielt schon wieder einer mit Schalldämpfe Ja, ich? Die ganze Zeit schon Never, man Warum bist du scheiße? Never, ever Never, ever Wo ist denn Karim? Tötet Ah, ich bin tot Harry, du führst doch, was willst du? Ist das echt so? Oh, ich bin nicht scheiße Oh Gott Der hat beide auf mir geschossen Ja, ich war hinter dir Ah, okay Last one Leider War hat dich der Dixus gebetet? Ne, gar nicht, sonst ist er aber So sah nämlich genau so aus Als Der ist so gerade in mir gekommen Nachdem ich den Tomahawk Da hingeschmissen hab Als ich nicht mal der deutschen Sprache Mächtig zu müde bin Ich überleg zu viel Ich zöger zu viel, Mann Ja Er legt sich hin, Alter Was ist los mit dir, Alter? Wer liegt denn da? Ach, komm, Alter Ja, weil du dich auch noch vorhin gelegt hast Und dann dachte ich, du tust mich nicht, aber Ja, kann ich noch nicht so gut mit Sniper Genauso das gleiche wie mit Dingsons Dass du halt nur einen Schuss hast Richtig Der muss halt sitzen Wo seid ihr? Boah, nett Der war nicht schlecht Du willst einen schwarzen über den Haufen schießen Wo drüber denkst du da bei denn noch nach? Oh Gott Außer was er gerade einen 180 gekriegt hat Hast du die Kicker-Maus gemacht? Ja Ich nutze sie eh nicht, also kann ich sie auch auslassen Ne, ich nutze sie Eigentlich Ich hab deine Videos gesehen Ja komm doch Sagen wir es so Ich nutze die situationsabhängig, ne? Ich nutze sie nicht Ich nutze sie auch nicht Boah, nett Hast du schon noch extra flow vor? Oder wieso hast du mich während des Hinwegens getroffen? Ey, das ist keine Ahnung Oh mein Gott Da halt exakt so aus, als hättest du schon extra den Dropshot und den Lennart nach unten gezielt Was? Woher? Weil du da gerade reingerannt bist, weil du mich da eben getötet hast Achso Eins und eins gleich zwei Karim Nein, 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 2 plus 2 ist 4 Minus 103 Quick Math Das steht bei uns an der Tafel, hab ich dir erzählt? Ja, hast du mir erzählt Ich bin mal gespannt, ob das morgen weg ist, weil unser Ausbilder hatte heute Unterricht in dem Raum Alter Schweden Oh mein Gott Was? Hallo Da kommt der nächste um die Ecke Ich bin nicht um die Ecke gekommen Schossen Wanted Ja Ja Während ihr denkt, wir spielen hier ein Call of Duty Spiel, ich will Wanted Bestimmt wohl, ja Oh Mann Hätt ich den ersten nicht gefailt, hätte er auch noch gekriegt Nein, was ist eigentlich der Reiz daran mit Trinkstück zu spielen? Was? Nein Wie sah es vor dir aus, Karim? Wie sah es vor dir umgefallen ist? Und das Gefühl, als du es nicht warst Es war gut Was? Guten Tag Live Du spielst auch Ballista, ne? Wie schon in der Zeit Ballista Ja, ich auch Moment, dir ist einfach nicht klar Also mit Paus und Tastatur geht es nicht, komischerweise Aber ich Trickshotten möchte mit Controller, dann geht es Hm Was? Du dreckiger Dropshotter, Mann Das ist hier dreckig und niemand Dropshottet hier Außer ich vielleicht ein bisschen, aber dreckig Na ja Hätt' geile Mucke gespielt Hätt' geile Mucke gespielt Bei den Werbetapern Achso Keine Ahnung Leut Das war so No Scopes No Scopes Oh fuck, das war schlecht Das soll es ja geben, ne? Ich hab' erst das Wurfmesser von Ballad Nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh verdammt, da kommt der andere auch noch dazu Boah, Mann Der hat gut abgekämmt Das war nett Mhm Abgekämmt, bitte jetzt Ja, was? Da ist doch spekuliert, dass ich rauskomme Erzähl mir nichts War ja auch richtig Okay, der war nett Ey, der hat mich grad zu bloß dafür Na jetzt Wo ist Karin? Ich bin hier und nirgends Was ist denn hier? Und was ist nirgends? Hier und nirgends Was? LJ, der war sick Der war richtig sick, alter Okay, das war schlecht Guter Tomahawk Was? Guter Tomahawk, Lenu Zwei gute Tomahawks Ich hab direkt zweimal nichts gedrückt Das war aus Versehen Eigentlich wollte ich den zweiten aufbewahren Du hast doch zwei Tomahawks? Ja sicher Okay, dann Na Der ist links an dir vorbei, Mann Der ist links an... Achso, der Schuss Ah, ja Ich hab ihn gegrüßt Hab ihm High Five gegeben Dann hab ich dich getötet Wenn das alles fehlt das? Oh, Mann Oh, hohohohohohohohohohohoho zoals geen Ratten 위 ersten Machen Wie viel geht es ihr braucht? Oh, okay, sorry. Alles gut. Das war schon echt böse. Ja, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Ich habe richtig vorbeizuschnüren, Alter. Ey, ihr habt nur gesehen, Junge. Bist du immer noch da? Jo. Echt? Nee. Fuck! Da kam LJ von der anderen Seite. LJ, kam die Wallbangs nicht bei dir an? Keine Ahnung, was von der Seite. Ach fuck, dahinter warst du. Dann spawnt der bei mir im Rücken, Digga. Ja, das ist quality. So warst du. LoL, Alter, diese schlussabprall an der Wand in dem Winkel, der liegt. I play like a pro. Play like a nubble. Ey, komm mal zurück, wer auch immer das war. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Wir treffen nix, weißt du? Fuck. Unter. Okay, die Kill können wir jetzt hier ruhig angucken können. Ja, aber ist nicht verfügbar. Weiß ich. War ja auch ich, der das eingeschaltet hat. Ich weiß. Oder nicht, so als wärst du jetzt gerade traurig darüber. Ich bin darüber traurig, weil... Ach, laber. Doch, doch, den ein oder anderen Kill, den will man sich schon mal an der Kill kann angucken. Und das kann man einfach nicht. Dann mach ich sie gleich wieder an, dann hast du sie nicht. Okay, cool. Äh... Lennon? Ja? Bitte ficken Sie es, Sir. Alter, hast du nicht mitgekriegt, dass er erst einfach zwischen den Weinenland geflogen ist? Nein, hab ich nicht mitbekommen. Der hat vor dir plötzlich aufgeleuchtet. Oh Gott, da kommt er noch. Ah, da ist er noch, Alter! Ja, ach was. Mein Tomahawk auf Kari war nicht getroffen. Weil du ihn davor getötet hast. Ah, da kam noch, noch einer dazu, Alter. Und die beiden treffen sich nicht, oder was? Nein. Nein, wir, wir, wir wollten nicht, äh, hier, äh, uns treffen, um, äh, zu feiern. Hey, ich war doch drauf, Alter! Hat er nicht getroffen. Oh, nice. Schönes. Ja, da konnte ich nicht so schnell wieder aufstehen. Aber hier ist noch einer. Wo ist der andere? Der andere. Da! Da ist der Erste. Der Zweite war da hinten noch. Er hat gemoved. Oh, komm! Come on! Da bringt mir meine Taktiker im Schick auch nix, ne? Du spielst die Taktiker im Schick? Ja. Ich bin ein Plünderer. Okay, so, da braucht man zu lange, bis man die Waffe wieder ausgedrückt hat. Ja. Hey Kari, komm ans Fenster. Ich tue es halt auch noch. Okay, sickes Ding. Dann kam auch noch das Brotmesser angeflogen. Ah, du Pissratte! LJ! Wo ist der, Alter, denn? Ja, da ist... Da, wo du die ganze Zeit mich getrittet hast. Also... hier und da. Und du siehst mich früher. Ja. Da ist das schlecht. Jetzt bin ich gerade schlecht? Das ist ein Witz. Dazu sage ich nichts. Brauchst du auch nicht. Du hast es ja nicht mal gesehen, Alter. Natürlich! Ich habe es noch einen ganzen Tag angeguckt. Du hast es nicht gesehen. Natürlich! So, Schatz, mit dem Rücken zu mir. Bleiben, komm ans Fenster. W-wirst du am Video sehen, Digi? Ich war auf 6 oder 7. Ich dachte, ich habe das Blutrinseck bekommen. Entschuldigung. Armes Tuff, Tuff, LJ. Gebt Karim nicht immer noch in der Mitte? Nein, nicht. Nee. Ich dachte die ganze Zeit, LJ ist Erster, aber ist er gar nicht. Nein, ich bin Erster. Ich bin von dem Typen zerstört, der drei Stunden geschlafen hat. Ja. Karim. Komm wieder zurück, Lenno. Du doch. Ich bin doch. Da kommt immer LJ von hinten, Alter. Dann wieder in den Zug rein, ja, ja. Ja, ich suche gerade LJ, den habe ich mich da gerade gesehen. Der läuft hinter dir. Der ist auf dem Bahnsteig. Der Bahnsteig und hinter mir? Das ist mal ein Unterschied. Ja. Du bist doch gerade in den Zug reingesprungen, oder nicht? Ja, das war ich. Aber als du gesagt hast, hinter mir war ich schon lange wieder woanders. Achso, ja. Und wo du halt reingesprungen bist, ist da glaube ich zwei Sekunden später hinter dir hergelaufen. Er ist nicht mal ansatzweise da, wo du sagst. Da war er eben. Ich habe ihn doch gerade gesehen. Ich habe durch den Zug reingelaufen gesehen und dann kam er da hinten. Ich tue mir doch gar nicht. Ich titte den, der mit der erste, die vor der Fritte läuft. Oh, snap! Dann sollt nichts tun, der. Entschuldigung für den Bait. Was? Ich habe ihn doch hingelegt! Nein, der Kopf war oben drüber. WTF? Drecks Engine, Alter. Drecks Engine, WANTED. Was? WANTED gibt es hier nicht. Suchst du doch? Ne, sehe ich nicht. Es geht um Need for Speed Most Wanted, ne? Ja, ja, ich fahre die ganze Zeit mit Autos nicht durch die Gegend. Ja, ich auch. Ich gammel die Autos ja richtig. Wohin gammelt die denn jetzt schon wieder? Ich gammel nicht. Ich, 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 ich lauf hier öffentlich rum. Siehst du? Warte mal, habt ihr doch beide auf mich geschossen? Nein. Roger hat auf dich geschossen. So. Der hat sich gerade zu spät gekommen. Ah, fucking shit, Alter. LJ ist ein richtiger Gammler, Alter. Ja, da... Bei dem Kiosk in der Mitte, weißt du da? Kann man wie ich das am besten beschreiben soll. Beim Haupteingang oder so. Was weiß ich. Bis... Alter, dein scheiß Schild, Alter! Wirklich! Lenhu! LJ wartet ab und KM schießt direkt aufs Schild. Richtiger Wichser, Alter. Hat er direkt den scheiß Schild aus. Jupp. Locker, locker, bloß da dafür sein Einsatzschild, Alter. Ohne Spaß. So richtig, so richtig, äh... Du wüsstest, was ich dabei habe. Äh, was sind die dabei? Gar kein Einsatzschild. Achso. Hätte ich halt von Anfang an die Ballista benutzt. Die haben wir alle benutzt. Nö. Außer LJ. Außer LJ. Ja, ich weiß halt. Da lag sein... Da hat Karim ja noch den Schuss gefailt. Ja, aber... Hat er dir nicht gefailt, dann wird das... Ja. Dann wärst du jetzt gestorben. Ja. Dann... Ja, egal. Haut rein, Leute. Hat Spaß gemacht. Cheers. Peace out. Ciao. Servus.